Ein ungewöhnliches Himmelsspektakel ist seit Montagmorgen über der Badenburg in Loller im Kreis Gießen zu beobachten. Hier transportiert ein Helikopter entlang der Bahnstrecke Frankfurt-Kassel gefällte Bäume ab. Die Aktion ermöglicht, dass trotz Baumfällarbeiten der Zugverkehr weiter rollen kann. Das komplexe Unterfangen im steilen Hang erledigen sechs Spezialteams aus der Schweiz. Gefällt wird trotzdem nur dann, wenn gerade kein Zug fährt. Die Aktion dauert voraussichtlich noch bis Mittwoch.